Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Anfang des Jahres lernte ich einen Schamanen aus Kolumbien kennen bei einer Zeremonie. Und dort wurde für mich aus unerklärlichen Gründen in mir ein Ruf aktiviert, dass dort in Kolumbien etwas Großes auf mich wartet. Also mein Herz schrie ganz laut, ich muss da hin, egal was es bedeutet. Und auch wenn viele Dinge dagegen sprechen, spüre ich ganz deutlich, dass es eben nur einen Grund gibt, das zu tun und das bin ich selbst. Und heute erzähle ich genau darüber, was das für mich bedeutet, was da vielleicht auch auf mich warten kann. Ganz spannendes Thema, bleibt dran. Mein Name ist Ralf Riedel und ich gehe seit fast 20 Jahren den schamanischen Weg und bin eingeweiht in der Tradition der Inkas und der Tradition der Schwazfuß. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich dir herzlich mein neues Buch vorstellen. Die Gaben der vier Krafttiere. Also wenn du deine innere Stärke aufbauen möchtest und blockadenlos werden willst, dich im Leben neu ausrichten möchtest, dann ist dieses Buch genau das Richtige. Denn dieses Buch ist vollgepackt mit schamanischem Wissen, wie die Krafttiere dir ganz konkret helfen können und mit eigenen Geschichten aus meiner über 20-jährigen Erfahrung. Und dazu bekomme ich auch regelmäßige E-Mails, dass es bereits vielen Menschen geholfen hat, ihr Leben ein Stück in die richtige Richtung zu verändern. Wenn du es also wirklich ernst meinst, dann ist dieses Buch meiner Meinung nach ein Muss. Ich packe dir hier oben mal den Link rein und freue mich, wenn es dir hilft, dein Leben zu verändern. Und hier möchte ich dich einladen, mit mir auf meine Reise zu gehen. Warum ich quasi diesen Impuls habe, quasi möchte ich dich einladen, in mein Universum einzutauchen. Als ich die Zeremonie bei diesen Schamanen Anfang dieses Jahres machte, wurde ich während dieser Zeremonie befreit von dieser tiefen Scham, die wirklich vom Gefühl her tief in meinen Knochen gesessen ist. Und dann wurde mein Herz so weit geöffnet, dass ich mit jeder Zelle in meinem Körper fühlen konnte, dass dies etwas ganz Besonderes ist, wonach ich auch jahrelang suchte, also wonach sich mein Herz schon immer gesehnt hatte. Und die Botschaft war, alles loszulassen, um wahrhaftig ich selbst zu sein. Vollkommen befreit. Und das war ein Gefühl, zu Hause zu sein. Und ich wusste zu dieser Zeit, dass ich dorthin muss, um noch tiefer zu dieser Wahrheit vorzudringen, die mich auch weiterhin befreien kann. Und deswegen buchte ich sofort den Flug nach Kolumbien, um meinen großen Bruder, diesen Schamanen, meinen großen Bruder im Geiste zu besuchen. Denn ich wusste auch, wenn ich das eben nicht tue, dann gibt es unzählige Gründe, es eben nicht zu tun. Ja, und vielleicht kennst du auch die 72-Stunden-Regel, wo du nach einem Gespräch fühlen kannst, dass dich dorthin dein Weg ruft, eben ganz klar und deutlich. Und wenn du dich nicht sofort dafür entscheidest, innerhalb der 72 Stunden, dann machst du es einfach nicht. Setz es einfach nicht um. Ja, und dieses Prinzip habe ich zu meiner Gewohnheit werden lassen, weil Dinge, die mir wirklich wichtig eben sind und diesen großen Hebel bringen können, sind oft gekoppelt mit diesen Zweifeln, mit diesen Ängsten, die einen davor zurückhalten wollen, dass quasi dein innerer Kritiker, dein altes Ich, so laut quasi schreit, dass es danach, wenn du zu lange wartest, eben zu laut wird und du eben nicht mehr in diesem Gefühl bist, was dir dein Herz wirklich ganz eindeutig sagt. Ja, und um mich jetzt auch besser zu verstehen, möchte ich dich einladen, tiefer einzutauchen, zurückzugehen, zurück in meine Kindheit, denn dort liegt der Ursprung meiner Ausrichtung im Leben. Viele wissen nicht, dass ich einen Stiefvater hatte, der Alkoholiker war und irgendwann vollkommen unberechenbar war und in seiner eigenen Welt lebte und er steigerte sich oft so sehr in seine eigene Welt hinein, was am Anfang weiter nicht schlimm gewesen wäre, aber das Schlimmste war, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt uns immer wieder angedroht hat, alle umzubringen. Er sagte zum Beispiel, zuerst die Kinder, der Hund, dann meine Mutter und dann schließlich er selbst. Und es war wirklich sehr bedrohlich, will ich jetzt nicht zu tief reingehen, also wirklich sehr extrem und wir suchten dann auch natürlich Hilfe, aber keiner konnte uns helfen. Zu der Zeit war ich 15 Jahre alt und was mir einfach nur übrig geblieben ist, ich war ja vollkommen hilflos, dass ich jeden Abend ganz inbrünstig zu Gott gebetet habe, dass ich am nächsten Tag noch aufwachen will, dass ich noch viel zu jung bin, um zu sterben, dass doch das ganze Leben noch vor mir liegt und ich wirklich alles dafür tue, egal was Gott von mir will, um eben weiterzuleben. Da habe ich auch für mich inbrünstig den Ruf gehabt, egal was der Gott von mir verlangt, ich tue es und ich stelle mich quasi in seinem Dienste, so habe ich es vom Gefühl her empfunden. Und zu dieser Zeit machte ich auch viel Kampfsport und durch das legte ich mir auch immer einen Stock neben das Bett, um mich im Zweifelsfall auch verteidigen zu können, aber ich wusste natürlich auch, dass ich so gut wie keine Chance hätte und deswegen betete ich wirklich immer um mein Leben. Ja und wir entkamen auch dieser Situation, sonst wäre ich ja heute nicht hier und nach ein paar Monaten, als das Ganze vorbei war, als wir eben diese Situation verließen, beobachtete ich auf einer Parkbank an einem See die alten Menschen, die vorbeiliefen, ja. Und mir fiel dann auf, dass viele den Respekt einfordern, die die älteren Menschen natürlich für sich beanspruchen, aber in Wahrheit fühlte ich, als ob sie selbst von ihrem Wesen her wie Kinder in alten Körpern waren und die meisten keine wirkliche Weisheit besaßen. und da gab ich mir selbst das Versprechen, wenn ich alt bin, möchte ich Weisheit erlangen und deswegen ist dies heute immer noch mein höchster Wert, wonach ich mein Leben ausrichte und das legt den Grundstock für mein Leben, eben tiefer zur Wahrheit oder zur eigenen Spiritualität gelangen zu wollen und das ist auch mein heutiger Antrieb immer noch, deswegen folge ich auch diesem Ruf, jetzt in diesem Fall in den Dschungel zu gehen, ja, bei den Schamanen zu leben, ja, weil ich fühlen kann, dass dort eben die tiefere Wahrheit, die ich für mich jetzt fühlen kann in meiner eigenen Entwicklung, dass da eben die Antworten sind oder die Selbstheilung da ist, noch tiefer zu mir selbst zu kommen, um dann auf meinem Weg eben auch anderen Menschen zu helfen, weil das fließt ja immer wieder ein, denn ich habe auch schon mit vielen Schamanen auch gesprochen, die gesagt haben, jeder ist immer Lehrer und Schüler gleichzeitig. Ja, und das hört sich im ersten Moment vielleicht ganz leicht an, aber über die Jahre, als ich auch den schamanischen Weg ging, wurde ich immer wieder geprüft, ob ich es wirklich will, ja, zum Beispiel die Visionssuche in Kanada, als ich gemacht habe oder den Pilgerweg, der Inkas, den ich auch dreimal gegangen bin oder auch 2022, als ich die Shipibo-Schamanen im Amazonas besuchte, da war genau das gleiche Gefühl eben in mir aktiv, ein Gefühl, es eben machen zu müssen, weil der Ruf meines Herzens so stark ist, aber eben auch gleichzeitig die Ängste und Widerstände aktiv sind, wo mein Verstand viele logische Gründe eben findet, es eben nicht zu tun, ja. Ja, und aus schamanischer Sicht ist es so, dass deine Widerstände und die Ängste lange vorher aktiv sind, sobald du eben innerlich eine Entscheidung getroffen hast, ja. Zum Beispiel, wenn du den schamanischen Weg gehen willst und dich entscheiden würdest, ja, oder in meinem Fall auf eine spirituelle, schamanische Reise zu gehen, ja, weil dich dort eben dein Herz ruft und kaum hast du dich dafür entschieden, ja, werden deine Muster aktiv. Und diese Muster sind Programme, die dich in deinem alten Leben halten wollen und gewisser Weise auf Energieebene lebendige Wesenheiten sind und sie fühlen auch, dass wenn du diesen Weg jetzt weitergehen würdest, dass sie sich danach auch auflösen würden und deswegen besitzen sie eine primitive Überlebensintelligenz und dann werden die eben aktiv, weil sie natürlich überleben wollen. Ja, und dann, wenn du es trotzdem machst, ja, dann kann es eben sein, dass du auf ungeahnte Weise dich so befreist, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst, ja. Und genau das ist mir schon mehrfach passiert, wo sich mein Leben so enorm verändert hat, was ich mir eben auch nicht vorstellen kann. Und jetzt ist es eben genauso, dass ich weiß, dass ich eben nach Kolumbien gehen muss, auch wenn Widerstände hochkommen, wie, das ist jetzt nicht der passende Augenblick, es gibt Wichtigeres, ja, oder willst du dich wirklich diesen Strapazen aussetzen, ja, oder eben ganz einfach die Angst davor, welche Schattenthemen sich während dieser Zeit auch zeigen werden. Ja, und auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch schon sehr, die tiefen Weisheiten dieser schamanischen Familie, bei der ich leben werde, kennenzulernen, auch im Rhythmus des Dschungels einzutauchen. Und genau das habe ich ja schon erlebt, als ich quasi 2022 im Dschungel ankam, da hatte ich am Anfang das Gefühl, ich komme von meiner normalen Welt in die, ja, in das dritte Weltland, ja, und besuche einfach mal die Schamanen. Und dann eben festzustellen, je länger ich da war, dass das die normale Welt war, dass ich eingetaucht bin in die eigentliche Realität und mir dann klar wurde, dass wir hier in unserer Zivilisation in der künstlichen Welt leben. Denn während ich unterwegs bin im kolumbianischen Dschungel, läuft bei mir natürlich alles ganz normal weiter. Ich werde nämlich unterstützt von einem wirklich ganz, ganz tollen Team. Das möchte ich hier auch nochmal beim Namen nennen. Also hier vielen Dank, liebe Tanja nochmal. Sie ist bei mir schon sehr lange, auch als Lehrerin und auch hier an den Frank, der auch mit mir schon in Peru war und ganz lang mit mir den schamanischen Weg geht. Das sind alles bei mir Lehrer, die dich auch auf dem Weg weiter unterstützen werden. Ja, und ich bekam auch die Erlaubnis, dort Fotos zu machen, auch Filme zu machen und sogar natürlich auch Interviews mit einigen Schamanen führen zu dürfen. Da freue ich mich wirklich sehr, was ich da eben lernen kann und habe natürlich auch an meine Community schon die Frage gestellt und wenn du jetzt eine Frage hast, was du von dem Schamanen wissen wolltest. Wenn du eine Frage hast, aber bitte nur eine, kannst du mir die stellen, dann kann ich versuchen, diese Fragen hier mit einfließen zu lassen. Ja, und da darfst du natürlich auch gespannt sein, wenn ich wieder zurückkomme, was ich dann da eben für neue Einsichten habe oder auch direkte Interviews mit den Schamanen bereitstellen kann. Da freue ich mich schon sehr, sehr darauf. Ja, und diese Schamanen arbeiten sehr viel zum Beispiel mit der Medizin, mit verschiedenen Medizinarten. Da gehe ich dann auch später darauf ein. Vieles ist mir auch unbekannt. Ja, da lerne ich natürlich sehr viel dazu, wie das Universum dieser Schamanen eben funktioniert. Und eines der Hauptmedizinarten ist das Yache. Ja, und Yache ist so ähnlich wie Ayahuasca. Ja, eben wirkt eben ein bisschen anders. Sehr viel mit Heilung, mit Loslösung. Ja, und was ich jetzt auch festgestellt habe, deswegen, das ist einer der Hauptgründe, warum ich da so hin will, ist, dass die Zeremonien so extrem liebevoll sind und sie dann in mir ein Gefühl erzeugten, dass sie angebunden sind an die Göttlichkeit und dass es für mich unmöglich ist, das eben überhaupt in Worte zu fassen. Da spüre ich auch hier wieder, wie begrenzt die menschliche Sprache ist, um sowas eben auszudrücken. Ja, und der schamanische Weg ist für mich der Weg der Selbstbefreiung und der Selbstheilung und gerade wenn du dich jetzt noch so klein oder unbedeutend fühlst oder eben ganz starke Zweifel hast, ja, denke daran, und das ist mein Impuls, den ich dir hier mitgeben will, dass diese Ängste, diese Zweifel und so weiter ein Leben lang genährt worden sind und das, was du wirklich in deinem Herzen trägst, vielleicht den Ruf, ob es der schamanische Weg ist oder dich selbst zu befreien, einen neuen Weg zu gehen, vielleicht in eine Größe zu kommen, die du vielleicht vorher noch nie in deinem Leben erreicht hast, dass du diesem Ruf auch vertraust, ja, und es dauert natürlich Zeit und es braucht eben auch eine gewisse Anleitung, meiner Meinung nach, wie du eben lernen kannst, mit diesen Widerständen umzugehen und deswegen gehe ich auch selbst natürlich den Weg und parallel zeige ich es auch meinen Schülern im schamanischen Online-Training, wie das Ganze funktioniert, wenn du dich einmal selbst heilen willst natürlich oder wie du es schaffen kannst, falls du irgendwann doch mal mit anderen Menschen arbeiten willst, wie es funktioniert, auch mit anderen Menschen zu arbeiten. Wenn dich der schamanische Weg ruft und es dich nun anspricht, dann buch dir einfach einen Termin zum Kennenlerngespräch, damit wir dich natürlich auch in Ruhe kennenlernen können, um dann auch herauszufinden, ob das schamanische Online-Training auch das Richtige für dich ist und auf meiner Reise werde ich auch zwischendurch Stories auf meinem Instagram-Account machen, ja, um ein paar meiner Erlebnisse dort schon vorher mit euch zu teilen, also wenn dich das interessiert, dann folge mir einfach auf Instagram, der Link ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss.